So meine Freunde Hier, jetzt kurz das mal Also das ist echt die Aufnahme Nein, da musst du schon drei Folgen machen, weil sonst stimmt das jetzt alles nicht Warum ich mache jetzt halt eine Folge und die nächsten zwei mache ich dann nächstes Mal und so Achso, ja, okay, gut Ne, ich dachte, dass du ja Ah, es regnet gerade, Freunde, wir fahren Wir fahren gerade wieder zurück, ja Also mein Treibstoff ist bald alle Ich muss ja jetzt langsam mal eine Tanke finden Äh, 500 Ähm 50 Ah, Gott, wie ich es hasse, dieses Heimlatschen Ja Man sollte ein Chatepec haben, so wie ein Ticket Ui, ui, ui So Es weiß ich mal hier Warum spielt er kein Ticket? Ja, weil halt Ja Oh, ist die Ja So Sind schon bei Da Oh, ich bin gleich da Oh Traut es Heim Jetzt brauche ich, aber muss ich da, aber Muss ich aber dann noch farmen Also, ein bisschen Holz farmen Weil die Reihenfolge ist jetzt richtig hart Warte, Marco, erzähl mal kurz, was wir für kranken Shit gemacht haben Falls die Folgen alle kaputt sind Äh, kranker Shit haben wir gemacht Wir haben Fabi ein wenig, äh, äh, Eisen geklaut Ich bin von einem Gast angegriffen worden in der Hölle, während ich nichts hatte Und der hat mir den Schädel rasiert Äh, passiert es noch, äh, ich mach geile, kranke Sexspielchen mit Flo Äh, 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 der fällt mir grad nicht ein Das Wichtigste zusammengefasst Wir kommen zum Sport Dortmund verliert heute wieder gegen Bayern, ja, das ist... Dortmund verliert gerade gegen jeden, ey. Das ist gerade die Schande der Nation. So, nicht nur, weil ich Dortmund hasse. Und Fabi hat halt geil, wie er ist, seine Folgen weggeschmissen. Hab ich nicht. Und Nils hat so geile... Nils hat gar nicht erst aufgenommen. Genauso wie Fabi eigentlich. Flo, ich brauch das restliche Dings da. Im Großen und Ganzen waren wir voll kompetent drauf. Ja, aber ich bin gerade voll kompetent drauf. Wahrscheinlich seid ihr zu laut, aber ich bin kompetent drauf. Oh, ich seh schon. Hui! Wir marschieren im Sonnenuntergang. Oh, Alter! Was denn? Oh Gott, ich muss hier Geländer anbringen. Oh, wir werden uns sofort noch mal um die Viecher kümmern. Wo bist denn du, Marco? Ich bin oben, ich brauch den Glowstone-Flo. Hab ich den? Glowstone-Flo. Und dann müsstest du ein bisschen Holz farmen. Das Mysterium der Stunde. Stauze! Nein! Wickel! Boah, wenn das jetzt nicht reicht, dann kratze ich mir aber die... Nein! Was verbau ich mich denn jetzt hier die ganze Zeit? Warum baust du denn hier alle falsch hin? Ja, ist doch alles jetzt richtig. Schau mal, wie es hell hier jetzt gerade ist. Oh Gott! Schnauze! Anfängt zu schreien und wieder was wegbauen. Schnauze. Flo, ich brauch Holz. Mama, Holz! Jetzt! Warte, hier, schau, das da. Oh, Flo, schau mal, ich hab Papier. Woher, Flo, ich brauch die Bücherregale, ich hab immer die Bücherregale, ich hab immer die Bücherregale her. Die Bücherregale, wo die Bücherregale? Ich brauch Leder. Äh, Leute. Leder. Was? Speedrunner ist im Angebot. Ja. Ja, und? Ich kann das nicht mehr schlecht. Wie viel? Wie viel? Ja, alle. Äh, Euro. Achso. Irgendwas. Und, äh, wenn man vier Stück kaufen würde, wird's halt nur 10 Euro kosten. Wenn man vier Stück kauft, 10 Euro? Mhm. 2,50. Alter, da geh ich mit, ey. Nils kaufste? Weiß nicht, die anderen auch? Alter, für 2,50 das Ding, ey. Äh, okay, mach rein, die Scheiße. Philipp, du auch. Hä? Philipp, du auch. Du tust ja auch ein Speedrunner für 2,50 kaufen. Er kann das zu mehr. Viert spielen. Ja, kann man. Ja, ich bin hinter die Fischlöschung. Die geladen die ganze Zeit oben, aber du bist nicht komm. Ja, du bist ja, du bist durchgelaufen. Ja, also machen wir jetzt eine Sammelbestellung oder nicht. Ja, doch, wir tun zu viert. Einz-Kaufen. Okay. Ja, aber hallo, irgendjemand muss dann noch mehr bezahlen. Genau. Das ist nur vier Park. Genau, vier Park. Ich nehm das im Park drin. Ja, ich auch. Ja, ich werd's aufnehmen, ihr Pops. Nee, warte, komm, dann addieren wir halt den Preis von dem 1 noch drauf und teilen es dann durch 5. Dann ist fair. Ja, okay. Die Wiese gibt da aber irgendwie keinen Sinn. Flo, wie sieht's aus? Ich find's schau geil aus. Komm runter. Schau mal her. Vor allem hier mit dem Glas dann. Ja, da fehlt noch. Okay. Äh, es ist... Okay, können wir auch machen. Oh, Mann. Wunderding ist gewachsen. Was? Der Erfolge. Kaufst du das Vierer-Pack, weil du hast ja noch Geld drauf. Ja, und ich hab auch Geld drauf. Ja, okay. Wie, da und? Irgendjemand. Und dann will ich jetzt, äh, mein vieles Geld noch behalten, weil wenn was geiles ist, dann, dass ich's recht kaufen kann. Bringst du's einfach, wann einer stammt? Ja. Also dann, Fabian, du. Okay. Was, Fabian, du? Ja, dann kauf's Fabian. Achso, das ist das Vierer-Pack. Ich will mich wahrscheinlich wieder sauermäßig ärgern, wenn an Halloween irgendwas geiles drin ist. Steht auch scheiße drauf. Ähm. Fabiolo. Äh, 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 aber wer... Einer muss es sich dann noch selber kaufen jetzt dann. Ja, mach ich ja. Achso, du machst es gut. Äh, also wie viel wert ist dann von jedem? Warte, ich rechne grad aus. Okay. Mir ist es ja komplett mehr. Das wäre 2,58. 2,58. Das ist ja nicht viel mehr irgendwie. Das heißt, ich krieg noch Geld. Ja, ja. Oh, shit. Ja, gut, Fabi, dann schenks mir mal gleich. Oder schenks uns dann gleich. Ja, jetzt reicht. Bevor dein Internet-Schiss sagt. Oder hast du ein Handy-Internet noch? Ich mach's jetzt gleich. Am Computer ist mir das lieber als am Handy, weil da schmackt er doch mal. Nein, ich meine, du schließt dein Computer ans Handy an quasi. Ja, aber, aber Steam, das, äh, am Computer, das braucht so viel. Okay. Ja, dann mach ich jetzt mal schnell. Boah, ich weiß gar nicht, wann die 10 Minuten um sind. Ich trage jetzt noch ein bisschen die Wand ab. Weißt du? Oben. Flo, Wand abtragen. Und du soll, äh, könntest du ein bisschen Holz farmen, weil wir brauchen für die Decke noch ein bisschen Holz. Und dann sind wir mit unserem groben Raum fertig. Ja, ich kümmere mich jetzt noch kurz. Dann, dann kommt hier Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, wird so eine kleine Ausbeulung, muss ich noch ein bisschen um die Viecher kümmern. Warum? Ach, komm, 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 komm. Und Flo, ein bisschen, wenn du noch Ding findest. Kauf schon das Blätter, wären geil. Ja. Wir brauchen noch ein paar Blätter für ein paar Bücherregale. Speedrunners, so. 9,51, ne? Na, der war morgen Speedrunners spielen. Können wir jetzt noch gleich? Nein. Nee, ich kann nicht mehr so lange. Ich kann nicht mehr. So, okay. So, 9,51 in Wachen. Boah, unten sieht, oh, der mag mich, weiß nicht, die Bücher, ich weiß nicht. Nein, die sehen voll awesome aus. Echt, okay. Ja, ich hab das mal angeschönet. Aber ich find's ja, ansonsten ist auch die Bücher mal ausgenommen. Generell sieht's hier richtig awesome aus. Ja, ja, natürlich, ich hab's eingerichtet. Warte. Ich stimme zu. Ja, Spacken. Zahlung läuft. Wecken wir jetzt, spricht sein Internet ab, oder? Genau, in dem Moment, ey, und das Geld weg. Sie haben einen neuen Gegenstand in England. Ja. Drei neue. Oh, shit. Ich hab's ja dreimal. Gut, dann mir, Flo und Phil. Fabi, dann guck mal rüber, die Scheiße. Ich installier's dann gleich. Oh, schalte, jetzt hab ich's ne Rösel gesendet. Oh, shit. Ja, halt, ja. Dreck, ich hab nicht. Gut, ich mach die Wand hier noch fertig und dann brich die Aufnahme ab. Egal, wie viel Zeit es dann ist, da muss ich halt nächstes Mal irgendwie, da kann ich ja dran wuppen, die Aufnahme. Hallo? Auch wenn das mehr als 10 Minuten sind, das ist das alles. Flo, ich brauch ganz viel Wolle. Wolle? Ah, ja, 150 MB. Ach, komm, Mann. Was, 150 MB? Ja. Alter, what, du? 44,8 MB. Äh, Flo, wo ist die, wo ist, ach, hier drüben ist die Wolle, ne? Nee, das ist die Erde. Wir haben noch eine Wolle-True, wir stellen mich nicht so an. Äh, äh, Wurst! Oh, ich brauch noch was. Ich brauch noch was zum Viecherpaar. Ah, nee, ich hab was dabei. Ach, da ist Wolle. Dann gehen wir noch Schafe scheren und dann hör mal auf, Sachse. Weil dann lade ich noch schnell das runter, das dauert ja nicht mehr. Ja, das geht ja. Ja, das geht ja. Ja, da lache ich ja. Ja, ich war nicht. Okay, dann breche ich hier schon mal die Aufnahme ab. Äh, bis zum nächsten Mal. Äh, oder bis, äh, in der gleichen Folge. Was weiß ich, tschüss. Töne, Dano. Morgen, Freunde. Oh, und wir fangen an mit einem Ruckler. So, das ist schön. Äh, er baut.